Fertig, fertig sein, ist fertig, war fertig, ist fertig gewesen. Das Essen ist gleich fertig. Kommst du? Wir müssen gleich gehen. Bist du fertig? Wir müssen gleich gehen. Bist du fertig? Wirst du mit den Hausaufgaben vor dem Essen fertig? Die Nachbesserung ist fertig, alle Fehler sind jetzt behoben. Die Nachbesserung ist fertig, alle Fehler sind jetzt behoben.